Musik 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 Wir spielen nicht Michael, sondern CSGO! Warum haben wir tausend? Hallo! Wir haben tausend money! Ach, warum? Das steht in der Config nicht mal drin. Ohne Witz. Das ist in der Config nicht mal drin. Wir haben immer noch Amor. Es geht nicht weg. Haben wir doch tausend. Wir haben jetzt... Ja, aber ihr habt noch Amor, Leute. Wir haben Amor. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Yes, wow. Love is in here. Ich dachte vielleicht, dass die Frau gewinnt. Ja, grad haben wir mit dem Bomb Plant haben wir euch gedisst, ey. Können wir eigentlich... Dürfen wir eigentlich Dinge jetzt kaufen? Blendgranaten? Ja. Okay, mal landen. Okay, reicht's. Warum? Warum? Ja, es geht eben nichts. Ich hab die Bildscherfrichter in den Raum gedreht. Ich hab voll Fußball so... BAM! Die sind in der Mitte. Komm, plant it big. Plant. Mach ich. Mach doch, doch. Pack mich mal ein Stück weiter vorher. Ja. Wunderbar. Die hocken alle in der Mitte. Ich kann mich ranschleichen, ey. Wie Sau. Werner sieht mich. Oh Gott, die sehen mich alle. Hotter, wenn da was kommt, sag Bescheid. Ja, das ist ja nicht. Also, es ist so, aber... Ah, der Zell ist raus. Wenn die kommen, sag Bescheid. Hotter, Hotter, mach mal grad auf Bescheid. Henner ist da. Henner ist low. Jetzt. Jetzt. Ja, weißt du ihn doch. Wo kommt die denn her? Nein. Wieso kommt der von hinten? Fuck. Ach, come on. Wann sagt ihr denn nix? Oh man, wir waren so gut. Wir hätten die alle geholt. Ist nicht vorbei, die Bombe tickt noch. Ich glaub, ne Stunde lang... 4 on 1. Komm, das packst du. Ja, halt. Wie? It is going to explode. Ja, trotzdem. Ja, halt. Unentschieden, ne? Unentschieden. Noch mal. Wir haben gewonnen. Wir sind eine Terrorosbombe. Sorry, ja. Ich fliege gerade. Haut mal drin, ich mal oben. Das siehst nur du. Das siehst nur du. Ach so. Ach so. Ist klar. Ja und P. Geh mal B. Wie war es hier in der Schwarzwaldklinik? Als du letztens hier warst? Wie kann ich? Ich fliege... Dopen und springen. Einfach mal springen. Okay, okay. Okay, die können jetzt schon kommen. Ja, bestimmt. Oh ja. Da vorne ist er B. Hier. Komm, komm, komm. Das war den. Noch den stellen. Noch einer aus hinten auf dem Spot. Hinten noch. Ach nee. Von der hinten nicht vergessen, die Bombe liegt. Yes. Yes. Letzter ist bei mir. Zieh die Welt. Komm mal, ich hab dir gerne geholfen. Stimmt. Hast du beide schön angesprochen. Nein, die sag gar nicht. Ich hab dir beide gangen gehabt. B-Gang geholfen. Daran auf der Mitte. Musst du für dich eine gerne helfen, wirst du das? Och. Ich find mich geehrt. Ja. Was versteh ich? Ey, will der mich verarschen, Mann. Was auch da sein? Mein Gott, will der mich verstehen. Ganz besonders schön wie auf dem Kun dran. Was mit dem Kun dran? Was hat der verboten, ey. Ey, ist der krasser Typ. Ein Schlawine. Ein Schlawine schon, aber. Ein Schlawine. Ein Schlamützo. Ein Schlawützo. Ein Schar-Mützo. Ein Scharmützo. Ein Schar-Mützo. War super. Ja, ist ein Motivations- Ja. Das braucht man, aber dann. die sind schon weg zwischen weg und haben verschoben da ist noch einer an meiner leiche ich hab mich verlaufen ich hab mich verlaufen ich hab mich verlaufen oh Gott Lady oh die Lady nehme ich mir boah ach ja so kennen wir die Österreicher B lang ja Pixel hat's gesagt Pixel der macht die Calls hast du nicht B lang gesagt? aber wie lang ist doch komplett falsch da ist doch klar dass man eher an B lang als wo lang denkt wie kommt man da raus wie lang wie lang geht die Aufnahme noch bis 16 Alter wo kam der Schuss her raus legen land auf B ja land auf B plant mal ich weiß aber nicht ob hier irgendwo hier noch ist do it do it hier sind so viele Spots da ist keiner da ist wirklich keiner was ist da los Mitte kommt er noch B von hinten ok ich ne ja 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 Atomade ö grainer halt bei der um b du sagst Anhelmi sag wohin komm ok pass aber auf den Rechtenbildschirm den hau jetzt voll weg dem trete ich von ihm durch die Luft hab auf jetzt Das war ein Pass, habe ich Volley angenommen. Anzeige ist raus. Egal, du gesmockt es. Legen wir das los. Da gibt es Smart View im Kuschel. Voll E! Oh fuck, hinter der Weile. Oh, das war nicht so smart. Bei dem Zwischending, da wo die Dingens waren, war halt ne? Hab ich gesehen, ne? Nice. Ich glaube auch. Der hatte ich echt gesehen, ne? Das ist so süß, ey. Hab ich ihn getroffen? Und der kommt hin daher, ey. Dann gleich links in dem Gang. Ah! Oh ne! Ah, dammit! Nimmst du den 4 mit? Ich bin noch am Kämpfen. Ja. Grant hat auf jeden Fall auch nen Hit. Weiß nicht, ob es nen Headshot war, aber... Ganz fachy. Füll dir die in 4 mit, da kannst du eh besser. Hallo, wollen wir tauschen? Dein Tiger 2 für Marvel Fate? Ne. Ich hab nen Huntsman Slaughter, das reicht. Tauscht du das? Ja. Warum? Weil ich es nicht schön finde. Was ist das für eins? Welches Bett dann? Oh Gott. Oh Gott. Aber die haben ja schon Hits, ne? Die waren alle bei über 100 HP, ey. Du hast ja auch nie auf Grants geschossen. Lass mal A gehen, ich hab A noch nicht gesehen, Leute. Ja, das ist das und Twins ist Liquid C. Ja, Liquid, der ist ja nicht stark. Tino, Sackse... Tino und Sackse sind auf A. Die sind genauso gut wie Liquid. Die sind genau so gut wie Liquid. Der Herr Fiskragel. Will ich jetzt eigentlich schon wieder hin? Nix, los. Oh Gott. Oh Gott. Stopp. Ich flash. Oh Gott. Der ist dann zurück. Muss mich mal auf die Kiste hier links hoch. Auf die Kiste hier drauf. Und dann verschiebt. Ja, verschiebt auf B. Ach, ja klar. Gerade durch. Da liegt ne Habe, wo ich dachte. Da sind vier Stück. Wer will die Habe? Ich kann aber nicht schießen. Aber die habe ich alle, vier. Hier. Hier ist direkt jemand. Ne, habe ich nicht alle, vier. Drei aber. Oh, are you kidding? Oh, hier ist das. Hinter dir haut das Gegenteil, oder? Nein. Pixel schauen wir. Ja, Pixel gehen wir nach B. Ja, versuch ich ja. Pixel, Pixel. Oh, der ist nix hoch. Oh, der ist nix hoch. Mein Bildschirm ist weiß. Oh, der muss weiter versuchen, sonst haut er ab. Schieß mal. Ja, ja, okay. Guck dich erst nach oben, Pixel. Sieht gut aus. Was? Er steht bestimmt einfach hinterm Truck. Ja. Oh, okay. Hinten links, oder was? Ne. Was ist er denn? Hä? Ich muss ja mal erinnern, was wir mit der Zeit sagen können, ey. Da steht drauf geachtet. Ich dropp den AK. Ich dropp einen AK, doch. Doch, keine AK. Pass auf. Cool. Dankeschön. Das ist sogar ne Doi, also ne komplett eingedeutschte Map. Nicht nur der Name, sondern Garten, Kantine. K. Genus down. Oh, Mann. Einzug und ne Granate, ey. Ach, nee. Alter. Wo denn? Ich hab ihn... Ich hab nichts gesehen. Nein, die Map kenn... Ich kenn die mehr von... Achst du Dalu? Nein. Nein, ich kenn die auch nicht. So, du kennst den. Okay. Was machen wir? Da hängt doch Dalu. Der war da. Ist das dein? Ja. Ja. Kai. Der ist keiner denn dafür, oder? Easy. Ey. Er ist low. Er ist low. Er rennt. Zitli weg. Lalo hinter euch da, glaub ich, da einer. Er ist nicht low. Doch. Ich hab ihn voll gut getroffen. Rechts. Er pusht dicke Kiste mit B. Er muss low gewesen sein, weil ich hab dann... Ja, vielleicht hat er ja noch 50, oder so. Look at him. Egal. Aber egal. Haben wir ja noch geholt. Hier geht mal Auto-Bear. A, oder? Ich würde sagen, A ist immer noch besser. Mitte ist auch einfach das. Mitte ist kacke. Mitte ist richtig scheiße. Lass mal hier so einen Boost machen. Hier an dem Dessel. Ja, macht mal. Ja. Okay, steh auf. Jupp. Heiß direkt. Bleib noch so. Mit der AWP könnte das ganz gut sein. B kommt gepost. Können wir weg. Mit der AWP machen wir das Spiel nochmal. Die haben ne Echo. So. Bei unten ist Eno. Oh Gott. Bei allem sieht's gut aus. Die Flash war gut. Nicht blocken. Oh Gott. Meine? Die die aufm Spot kamen. Die hat doch schon... Jena kommt von City auf A. Hinten rechts von B. Ah fuck. Hinten hin uns. Na ja. Kann planten. Kommen wir? Gut. Ja ich hatte die Bombe von oben. Da ist er. Der ist tot. Plente. Die Bombe lag noch zu... Der Eintrum wird gemessert. Geil. Macht die Kassenmatterator schon wieder. Wie süß ey. Ich hab das so hinter ihm her geschlitzt. Einfach immer mit linker Maus. Bis das gehört. Warum hab ich bitte so einen hohen Ping ey. Ich hab's bloß aufm Radar gesehen, dass das schon wieder rumflogen war. Ich hatte so die ganze Zeit linke Maustaste. Du hörst immer diesen Schwinger. Entschuldigung. Ja ich hab's ja gar gefühlt. Kannst du dir das vorstellen kaputt so wie das war. Ist doch sehr realistisch gerade ja. Das war schon... Boah. Hier und das hier. Mhm. Oh du kennst den Swinger. Hallo. Du Arsch ey. Sorry sorry. Das ist Waffenfall. Sorry. Hier. Hier. I'm throwing a grenade. Grenade out. Jetzt rum und euch oben. Okay. CT Richtung B ist einer. Habe ich ihn? Da wo ich gestorben bin. Er kommt von rechts wollte. Nicht dass er abworn. Ja ich war voll vielleicht ey. Zwei Stück sind da wo Fiske auskam. Und CT spawn einer. Pixel G mit der Bombe auf A. Hau ab. Bombe auf A. Schnell. Lauf Pixel. Hallo. Hallo. Na? Ja Kontra genau bleibt da. Und rechts kommen die. Von rechts unten. Da? Oder da? Ne rechts unten. Äh? Ja vorn durch. Die müssen beide müssen sein. Oder von... Oder er geht in die Bombe Mitte. Ah fuck. Hier ist ne... Da musst du die Haxen hochheben. Da ist nix. Du musst da hoch. Wo ist denn hier der? Oh Gott das ist ne Kamera. Das rot leuchtend auf der Minimap. Sogar man geht. Das ist ne Kamera. Nice. High fishback. Wo kommt die Kamera? Er kommt von hoch. 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 Über dir Pixel. Rechts über dir. Ist dran ist immer da oben. Guck wieder hervor. Kommt runter. Er ist rechts über dir Pixel. Der Pixel der macht das. Look at him. Der Pixel. Ne ne. Look at him. Look at him. Dann kaufe mal was. Den Raketenwerfer. Alles klar. Ja. Was den Raketenwerfer hast du jetzt? Ja. Dann musst du B gehen. Ein paar Sekunden ich mir nicht leisten. Mal auf A. Ja das bitte. Da ist einer hier vorgepusht. Schon leicht. Das sieht irgendwie frei aus. Keine Ahnung. Warum. Ist frei. Ich hab die Bombe. Bin B. Sind alle wohl bei euch? Ne. Noch nicht. 2 sind noch im Gang. Ja dann plant dich jetzt. Oben einer. Oben einer. Oben einer. Da oben vor sich. Ne. Doch da war einer gerade. Ja. Hörter. Da kommt euch die Mitte. Über die Mitte kommt er. Oben einer. Oben einer. Oben einer. Oben einer. Oben einer. Noch mal. Wir wollten M4 oder? M4? M4? Da. Mach das nochmal. Gib mir nochmal die Bombe. Kapuze hast du? Ja. Ganz hinten hier. Kapuze hier hinten links. Bombe nicht M4. Oh nein. Nein. Bombe. Warum? Die. Guck mal du mir das gibst. Dann fängt das automatisch auf. Jetzt. Das war die mit der Absicht. Ich hab automatisch die B. Und die nach oben. Und die nach oben. Ey wie kann er nicht sterben man? Ähm. Ach Arka. Bieg links ab. Bieg links ab. Bieg links ab. Bieg links ab. Was? Bieg links ab. Bieg links ab. Bieg links ab. Was? Biegs denn das auch? Hab ich jeden mal mit einem Schaden gemacht? Pass auf da unten ist. Dalu da kommt jetzt einer hoch. Da kommt jetzt einer hoch. Links bei dir. Ja. Da kommt jetzt einer. Er ist nur fest. Der trifft nix. Ah ok. Soll ich doch. Eno ist noch low. Eno. Wie die Bombe schon wieder auf B ist. Ja Kapuzzo war ja mit mir da. Was schiebt Rüstung B jetzt? Ich hab ihn einfach nicht getroffen. Da komm ich nicht schießen. Ok. Also der Mann ist. Der steht da. Genau wo die Flash jetzt hinfliegt. Was ist eigentlich die Smoke? Was ist eigentlich die Smoke? Was ist eigentlich die Smoke? Da hinten? Ja. Eno kommt B von hinten. Von C ist vorn. Ja kommt von da. Aber links oder rechts? Äh in dem Mini-Room. Links. Kommt jetzt zu dir. Bleib einfach da stehen. Bleib da stehen. Weiter nach links. Der kommt von links. Kommt von links. Da siehst du ihn. Aber das gibt's doch nicht. Schön Ali. Wo bist du? Schön. Ich dachte ihr habt das. Und was hast du dann gemacht? Der nimmt ihn weg mit und hauert. Ich hab's dir eh mit. Versuch's doch jetzt noch. Glau. Wenn er jetzt nicht stehen geblieben wär's jetzt nicht. Das ist aber noch hingeworfen. Ja ja ja. Eventuell ja. Dafür musst du das Messer abgeben. So wir machen uns nochmal ein Middle-Boost hier. Da an dem. An dem. Sack da vorne. Ja ich mach's. Ich komm mit. Ohne fucking AWP ne. Wir können eigentlich beide holen ne? Dann haben wir zwei Arves da oben. Brauchen wir nicht. Da ist Tino-Wolm in der Mitte eigentlich. Komm ich stecke meine hier. Ah ok. Warte. End. Da im Gang einer. Geht wieder nach links. Ey. Ey. Was für ein Lackermann. Das sieht viel spawnen ey. Alles klar. War ein bisschen zu lang gedauert. Ja komm wir nun. Die beiden schlägt es noch. Nebricht rechts unter dir. Und Grant. In der Ecke oder kann schwimmen. Ja. Grundrand kann schwimmen. Ich kann schwimmen. Ich finde sie. Hinten links. Ja auch. Hinten links. Nord. Häuf dir noch. Wenn du schon hast dann ist es egal. Ja. Hättest du halt sowieso keine 3 AKs kaufen können. Mit 13.000? Locker. Ne aber du kannst doch keine 3 AKs kaufen. Nein. Klopp. Da wo ich einen getötet habe. Und oben auf der Tür. Nein. Er sitzt auf der Tür. Man sieht seinen Fuß die ganze Zeit. Oben rechts. Oh Gott. Was noch Aynor man? Wieso pushen die? Ah um ey. Aynor kommt jetzt in die Mitte. Von hinten. Oh ich habe Fist glaube ich einen Fuß geschossen. Rechts überhin. Das ist wirklich Quatsch. Mit den 3 AKs. Wegen Pistol Round. Take 9 für 5 Leute. Easy Drop. Ja. Geil. 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 Ey ich treff heute gar nichts. Okay Pixel. Okay oder du. Danke. Das ist neu. Was? Du hast. Man hat doch schon öfter mal mehr als 2 Take 9s gedroppt. Hundertprozentig. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall dass es jetzt schon länger so ist. Das kann ja neben einem Patch so gewesen sein. Open pushen Deal. Ey was denn? Dass du mehr als 2 mal dieselbe Waffe kaufen kannst. Okay. Lass es warten einfach. Das ist ja die Bombe P. Achso. Soll ich A kommen? AGA. Soll ich A kommen? Soll ich Open push denen? Dann müsste er gleich herkommen. Entschuldigung. Mit Frank. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Glaub ich. Inner City. Wo kommen wir denn hier hin? Grunde A. Da kommst du unten. Vor A raus. Höh. Da sind wir in dem Raum. Die A ist so verwinkelt, ey. Einer ist noch hier, glaub ich. 16 Sekunden, brauchst du nicht probieren. Da hätt ich locker geschafft in 16 Sekunden. Nee. Lass mal alle A versuchen. Nee, alle B. Komm, wir waren jetzt immer A gegangen. Ja, cool. A ist so vom Engel, da gibt's hinten noch diese scheiß Gänge da. Wieso smokst du da? Ist gut. Nee, da sieht man, da kommt man ja nicht durch. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ach nee, ich bin tot. Ach, ja, nicht richtig richtig. Ist keiner an dem Raum gerade? Oh mein Gott! Links an der Treppe. Ey. Hört doch mal auf mit denen jetzt, ja. WTF? Sie ist okay. Ich war so und hab einfach geschossen. Ich hab nicht mal ne Ahnung, wo er war. Links. Alle auf B. Auf da. Warte, Kaputze, die kommen gleich. Oh, ich steck gleich zur Kasten fest. Kunt war da, hast du gekriegt noch mehr? Es sind alle auf B. Kaputze, warte da, da hol sie dir. Nee, ich geh doch weg, ich geh doch zu dir. Ich werd doch nicht alleine. Warte, Kaputze, die kommen gleich. Ich geh doch zur Art. Geh da links rein und dann gehst du ab. Dann jetzt das andere Wort Lady. Muss Hello sein. Und einer. Die Spawn ist schon in der. Ist der Freya? Arbeit geplantet. Schön, Kunran. Noch einer hinter dir, Kunran. Ja. Hilf mir doch, Boys. Warte da, Kunran. Jetzt wieder hin. Geh rein auf A einfach. Übermitte, ja. Da kommt doch immer einer raus. Wie kommen denen da her? Komfortiert, die Spawn? Da Kaputze, du gerade hingeguckt hast, ja. Da? Nein, da wo du links, links. Da. Die Bombe liegt für dich, Kunran. Ah, komm, hol meine Bombe. Kaputze, lauf. Hey, bei dir! Links da! Oh, das war mit T. Ja, weg, Klausu! Ich hätte nicht überlebt. Ich hätte nicht überlebt. Ich hätte nicht überlebt. Boah, die A, wer hätt's denn noch holen können. Hätt er nicht holen können. Hätt er die geholt, wär gestorben. Ich hatte 23 HP nur noch, oder? Aber habt ihr's gesehen? Die Rune hab ich geholt. So. Conor, du kannst gut rappen, hab ich gehört, oder? Conor, du kannst gut rappen, oder? Äh, what? Rappen? Wir machen ein Lied über mich dann für die, wegen der Runde. Boge! 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 Wie! Wo, rechts vom Truck! Oh! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Ich hab ihn getroffen. Kapuze, jetzt hol die Runde. Ah, der hat rumgelackt, glaub ich. Hättest du es gehabt. Wie viel war der noch? Ja, vier. Der fünf. Bleib weg. Ich geh ab. Ich guck mal, wo wir bei ihm gehen. Gibt es nur B? Ähm, eh, noch muss es B noch gehen von euch. Drei in Siegern. Ich geh B. B, oder? Ich bin B. Jetzt ist nix zu sehen hier. A. Hier sind zwei auf A. Kommt alle A wahrscheinlich. Können wir gehen über den Wend? Leute, ich brauch Hilfe. Inner ist Sieg, Richtung Sieg, ich war nur gewesen. Von A aus. Ja. Rechts von dir als Grundverein ist der hinter so ner blauen Box. Scheiß egal, warum er liegt. Da ist da rein. Weg, 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 weg. Äh, ich hab doch gebockt, aber er hat kein Damage gemacht. Doch, hatte es. So 30, 40 wahrscheinlich. Wir werden nicht lockt. Assist gibt es erst ab 49. Ne, ab 51. Keine Ahnung, irgendwie so. Oder 40, 41, keiner. Irgendwann. Irgendwann gibt es ein Assist, ey. Auf jeden Fall war es gut. War nicht schlecht, Kapuze. Ja, was? Ja, ja, ging schon, ne. War gut. Mitte? Bist du... Nein, nicht mehr. Oh ja, ey. Ich finde das nicht... Oh ja. maison, nicht mehr, nicht mehr mit dem rund umgehen soll. War die Räufe? geworfen. Boah, das hat mir grad zwei Headshots. Da, hallo, da kommt einer von den... Wer ist denn da grad zum Tetris-Spawn gelaufen? Zum Tetris-Spawn? Keine Ahnung. Linker Seite? Ja, da doch noch was. Oh, da waren direkt hinter dir welche, ne? Ich hab das gehört, aber warum sollte ich denn da hingehen? Boah, dann bist du rar gegangen. Ja, dann schau mal, wo ich... Ja, genau, genau. Ey, wie ist der... Das ist ja komisch, du zuerst. Ne, aber... Das sind alle auf Agri-Bänder. Ey, ich... Ich hab dich gesehen. Oh, nice. So gut, ey. Der war wunderschön da, Lukas. Der alte Mann. Ach so? Ich dachte, er hat die Bombe weggeworfen, weil er hat auch Vorkommen das gekriegt. Nein. HE Mitte, Early. Mach dich bereit. Und dann nach vorne rechts. Also hier Treppe und dann nach hinten rechts. Und go! Ja, ich weiß ja, was du meinst. Die kamen oben, unten und ich stand hinter der Box... Äh... B kommt auf jeden Fall was. Ey, gib mal nicht so offensiv, Fickse. Mock da weg, oder so. B, oder? Liquid am Männer-Crew. B, ja. B, ja. Habe B? Nice made, Drones. Rechts noch mehr. Rechts dann noch weiter rechts, Drones. Oh nein. Du hast so lange... B, 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 B. Versenkt. Oh? Hinter mir schon? Pixel jetzt. Der plantet auf den Spot. Pixel los. Das ist er nicht. Ach, schade. Pixel, es war zu lieb. Pixel. Pixel. Ich bin echt dabei heute. Pixel. Was war das? Fertig mit dir? Mitte HE Early Bob. Mitte HE Early Bob. Erst Trepp hochlaufen, dann nach hinten rechts. Jetzt. Ah, auuuu. Alle, jeder für sich. Hilf mir. Wuhu. Oh, da steht schon einer. Das ist korrekt. Oh, da steht schon einer. Okay. 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 Sehr gut. Warum redet der Early Bob nicht mehr? Das ist mad, das ist mad. Das ist mad. Okay. Träppe hoch. He hinten rechts. Go. Der komische Pino, ey. Die... Oh, fuck. Die Sekunde. Hoch der Kopf ungefähr. Unten bei Gelb oder Mitte Gelb. Hallo. Wo sie hier am besten sind? Mitte Gelb oder unten Gelb? Was ist Gelb? Der gelbe Streifen hier drin ist. Ja, hab ich nie drauf geachtet. Werf mein HE so, dass sie ankommt. Oh Gott, die Flash war scheiße. Die war toll, ne? Ah, das war deine. Wurde das B oder was? Hier ist auf jeden Fall einiges. Auf A sieht nicht so aus. Ja, hallo da kommt was. Von B über Mitte Gelb. Einer mit der... Mit der... Die Gegend hab ich jetzt wieder zu A. Ja. Wir schießen noch welche. Oh fucking hell. Jupp. Hier unten sind sie alle in der Mitte. Die gehen alle in der Mitte. Unten. Ah Leute. Direkt unter dir. Direkt unter dir. Wer ist da in der Mitte? Schon zu öffnen sie? Ah. Hat sich drauf gelben. Eben, ja. Keiner noch. Ja, da drüben war er. Links. Das war easy. Aber ich hab zu fädischen Hüpfen. Ja, ich mach mal wieder ein bissel logger. Sprung. Wie eine Gazelle. Das müssen wir wieder ein bisschen hier aufholen. Wieder HE? Jaja, mach mal HE, mach mal. Gibt da die Deagle One-Clicks hier. Let's go, let's go. Hey, heut läuft ey. Zwei Tage Counter-Strike Pause, dann geht auf einmal doch mal wieder rein. Das ist echt. Wow, da rushed einer. Da ist schon einer oben zu. Der ist rechts in der Ecke. Kurt Walton. Oh shit. Der war nicht so gut für uns beide. Mach du die erste Snoop demnächst. Ich hab... Ja, ich hab ja grad auch. Ja, ja. Aber ich wollte testen, ob die Waffe ist bekeh. Anshot. Jo, auf A kommen sie. Taktiv ist auf A. Dalo, wie weißt du den Schiffen? Bleib du mal hier. Sieht aus. Ja, die Leute schießen halt, versuchen immer zum Kopf zu kommen. Und wenn du einfach beim Schießen immer in die andere Richtung läufst, dann hast du echt gute Chancen einfach nicht getroffen zu werden. Das fällt einem immer ganz oft in einer Pistol-Round auf. Da ist es manchmal so, du schießt links, rechts, links, rechts und der Gegner läuft aber rechts, links, rechts, links. Dann triffst du gar nicht. Scheiße, man. Äh, auf A. Ja, auf A. Tu. Tu. Link wird es low, glaub ich. Hier links runter Kunran und einer rechts oben bleiben. Das ist jetzt halt Kunran. Das Problem ist, hier wird... Geh erst raus, wenn geplant wird. Und dann schnell. Hab ich gesehen. Jetzt. Hab ich gesehen. Und go, 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 go. Ey, YPD, stopp! Und, und. Oh, da ist noch wer. Hits. Hits. Jaaa. LAPD. 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 Das sind ja 2-0, ey, die wechseln da nen Reifen! Was macht er denn hier? Guck mal! Hahaha Oh mein Mann Oh naja Ah von links haben wir! Wie hat er hängt so? Oh mein Captain, oh Hätt ihr ne Demo ausgescheint, hätt ich mir das nen Zuschauermodus nochmal angucken können, ne? Die Waffen wollen ja Ja du nochmal hier, letzte Grenade Was macht der mit der immer? Ich will mitmachen Ja eh hinten rechts, wenn du oben bist, nach hinten rechts Da, da ist voll die Action, ey! Ok, congrats! Ja, wir uns auch! Und die Weide, ja Kange! Ich... Links in der Ecke, der wartet noch auf seinen Termin da links Weißt du, da ist hier ne Schwarz-Roll-Plinik Nein! Yes! Der Dagi! Der Dagi! Bis zum nächsten Mal, Leute! Schaut mir allen vorbei! Tschüss! Tschüss! Einmal nur die Kiste auf! Einmal nur die Kiste auf!